servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal am 9.2 special wochenende und in diesem video ist mal wieder tset time wir gucken uns die boni plus die optiken der mythic sets des druiden des magiers des priesters und des todesritters an und das habe ich im letzten video ein bisschen verkackt hol mal noch nach wie aussehen das mönch set hexenmeister set krieger set und das shami set auf mythic damit starten wir auch rein wenn ihr nichts verpassen wollt morgen kommen die restlichen t sets also was haben wir da noch übrig paladin schurke jäger und dämonenjäger müsste es sein wenn ihr nichts verpassen wollt auch an weiteren 9.2 news sind noch lange nicht fertig lasst gerne ein abo auf dem kanal da bisher nur knapp 65 prozent der leute den kanal abonniert also die zusehen würde mich sehr freuen damit starten wir auch direkt rein mit dem monk set mythic das gute ding sieht so aus mit a bisserl orange dran wir gehen das ganze jetzt relativ schnell durch wenn ihr es euch länger angucken wollt pausiert einfach das video dann haben wir hier den hexenmeister und ihr seht schon wo ich ja bei den normalen sets gesagt hatte weil mich stört dass sie alle dieselbe farbe haben sie haben jetzt ein bisschen mehr farbe reingebracht aber halt überall die gleiche das finde ich nun ja das ist der krieger und ich finde auch die mythic sets sehen nicht wirklich viel besser aus als die normalen sets aber das ist auch wieder geschmackssache mir gefallen sie persönlich nicht so gut und das ist der schamane finde ich noch eines der besseren sets aber die schuhe finde ich fürchterlich ja sieht immer aus wie weiß nicht man konnte sich keine vernünftigen schuhe leisten mythic set und dann guckt der halbe fuß raus das gefällt mir gar nicht aber gut aber gut geschmackssache starten wir also rein jetzt mit den t set boni wir beginnen mit dem druiden und als erstes haben wir die eule wenn ihr die mondfinsternis erreicht wird einen 1 horn der elune getriggert also der strahl der nach unten schießt der in der letzten talentreihe auswählbar ist der 25 prozent des schadens des normalen talents macht und dem target für acht sekunden folgt und während ihr in einer finsternis seid egal welche sind die kosten von sternsug und sternenregen um 20 prozent reduziert und das ist ziemlich geil vor allem wenn man bedenkt dass man wenn man cds an hat die ganze zeit in einer finsternis ist und wenn man bedenkt dass die venti eule so schon brutalen damage raus scheppert mit eben jemms der sternsug und wenn jetzt noch die kosten um 20 prozent reduziert sind das heißt von 30 astral power astraler macht auf 24 müssten es dann sein da kriegt man noch ein paar spells mehr raus in der zeit also das ist jetzt nicht super kreativ aber es klingt ganz nett sagen wir es so dann haben wir den feral druiden jeder kombopunkt den ihr ausgebt reduziert die cooldown zeit von inkarnation oder von berserker um 0,5 sekunden und wenn berserker endet fügt ihr letzten endes allen allen gegnern in der nähe 700 prozent eurer angriffskraft als blutungsschaden über zehn sekunden zu dann haben wir den wächter druiden also den tanky boy wenn ihr baumrinde aktiviert bekommt ihr für vier sekunden berserker und während ihr berserker aktiv habt macht ihr 45 prozent eurer attack power kosmischen schaden an allen gegnern in der nähe und ihr werdet für alle oder jede sekunde um 61 prozent eurer attack power geheilt also das klingt ganz nett und dann haben wir noch zu guter letzt den resto druiden da haben wir rasche heilung swiftment heilt einen zusätzlichen betrag abhängig von eurer spellpower für jeden hot also verjüngung der effekt von nachwachsen etc auf dem ziel blühendes leben und so weiter und so fort und rasche heilung heilt vier ziele in der nähe nehmen an des targets für 25 prozent der ursprünglichen heilung dann haben wir zu guter letzt noch wie das ding aussieht so und da muss ich tatsächlich sagen als druide das finde ich optisch in ordnung ich finde nur immer bei diesen sets oder was heißt immer teilweise diese ganzen weißen sachen die haben so wenig textur teilweise das sieht aus als wäre das irgendwie noch ein fehler irgendwie im system und das wurde nicht ausgefüllt und auch hier gilt für mich dasselbe mit den schuhen so detailliert sie guckt ihr das fußmodel an den klumpen da hättest du auch hättest du den schuh lieber dicht gemacht dass du das nicht siehst aber gut aber gut weiter geht's nächste klasse magier arcane mage alle oder gegner die von berührung der magie betroffen sind leiden durch eure arcane zauber 18 prozent mehr schaden mit dem zweier bonus und wenn ihr acht stapel des clear castings freizaubern ist es glaube ich oder bin ich jetzt gerade ja freizaubern ist es wird euer nächste berührung der magie instant löst keinen cooldown aus und hält für acht sekunden an dann haben wir den feuermagier sehr kreativ combustion also der cooldown einäschern läuft zwei sekunden länger und während der cooldown aktiv ist brennt ihr verliert jede sekunde zwei prozent eurer maximalen gesundheit aber dafür bekommt ihr den feuerblas also den feuerschlag und die phoenix flammen die aufladungen 100 prozent schneller zurück also da könnt ihr mehr durchhemmern sind ja auch instants wird euren schaden also doch etwas erhöhen und ich weiß nicht solltet ihr jetzt vielleicht nicht ziehen in schaden wo in phasen wo der raid super viel damage kriegt aber davon ab sollte das wohl gegenheilbar sein würde ich jetzt mal behaupten habe ich gehört aber heiler können das ja gerne mal sagen dann frost während eisiger art dann aktiv ist haben eure spells eine chance von 25 prozent einen kometensturm auf dem target zu entfachen dieser effekt kann nicht oder kometenhagen nicht öfter als alle 30 sekunden ausgelöst werden und gegner die von diesem kometensturm hagel wie auch immer getroffen werden erhalten zwei prozent erhöhten schaden von euren frost spells bis zu zehn prozent mehr also pro gebürgten frost spell erhöht sich das dann für acht sekunden und da haben wir dann auch noch das magier set was wir uns de facto angucken können ja ich sage dazu nichts ihr habt es gesehen das muss reichen kommen wir als nächstes zum priester da haben wir den diszi priest wenn ihr euer schild also das normale schild auf jemanden wirkt oder schattenheilung habt ihr eine chance von 15 prozent dass die schattenheilung keine cast time hat beim nächsten mal und dann der spell power of the dark side oder oder naja auf die dark side so rum lol die macht der dunklen seite erhöht die effektivität eurer sühne um 45 prozent und wird zusätzlich getriggert wenn ihr das power word radiance benutzt also macht wort glanz ist das genau dann haben wir den holy priester auch hier zweier bonus vierer bonus ist aber auch alles wieder nicht so spektakulär wie ich finde aber nicht ganz so nicht ganz so lieblos vielleicht wie beim schamanen aber gut gucken wir uns erstmal an was da mit drin ist wir haben zweier bonus eure holy words fangen eine göttliche konversation an die den cooldown oder die cooldown reduction eurer nächsten holy word affecting spells also alle die mit holy word spells anfangen um 15 sekunden ja also da kriegt ihr eine ganz gute cooldown reduction reingedonnert und dann diese göttliche konversation erhöht die effektivität eurer nächsten holy word spells um 35 prozent also die werden dann je nachdem ich deswegen sage ich jetzt holy word affecting spells alle die dieses holy word drin haben können damit betroffen sein je nachdem was ihr dann als nächstes castet dann haben wir beim shadow priest dunkle gedanken hat eine chance von zusätzlich 15 prozent zu triggern für jeden dot oder schatten dort der auf eurem ziel drauf ist und während ihr einen dieser dunklen gedanken ja verzehrt letzten oder steht hier zumindest wird euer schatten aktiviert für 18 sekunden und hier steht der folgt euch macht schaden in höhe von 138 4 prozent eurer spell power und das über die komplette laufzeit auf euer aktuelles target also ihr kriegt dann quasi denke ich mal irgendwie so ein abbild was dem target dann noch zusätzlichen schaden rein drückt das ist das priester set da muss ich jetzt auch sagen ob das jetzt priester oder mage ist das sieht eher aus als würden die schultern so einen feuereffekt haben warum ist das dann priester aber who am i to judge finde auch die mythic sets ziemlich enttäuschend aber gut das ist ein anderes thema und dann haben wir noch zum schluss den todesritter in diesem video blutdk euer herzstoß gibt euch ein prozent mehr stärke und erhöht die dauer von tanzende runenwaffe um 0,5 sekunden und das ganze wird aufrecht gehalten für 10 sekunden nachdem tanzende runenwaffe endet und dann haben wir noch den vierer bonus wenn ihr eine attacke pariert löst ihr einen automatischen herzstoß gegen euren oder gegen den entsprechenden angreifer aus und tanzende runenwaffe beschwört zwei runenwaffen statt wie vorher eine dann haben wir den frostdk unerbittlicher winter gibt euch acht prozent mehr krit chance während der effekt aktiv ist und wenn ihr den effekt von tötungsmaschine auslöst wird ein ich denke mal glacial advance wird irgendwie so ein frost zapfen dann sein je nachdem wie das aussieht der auf euer aktuelles target geschossen wird und dann haben wir noch zu guter letzt den unheilig dk alle fünf reißende schattencasts oder geißelstoßcasts wirken seelenernter auf euer ziel und seelenernter gibt eurem pet euren begleiter jetzt 20 prozent angriffsgeschwindigkeit für 10 sekunden und wann immer dieser effekt von seelenernter getriggert wird bekommt ihr einen ghoul aus der armee der toten steht aber nicht dabei wie lang vielleicht für die originallaufzeit der armee der toten werden wir noch sehen damit sind wir durch mit den boni in diesem video hier noch das dk set ich finde der kopf passt optisch zum dk die schulter finde ich auch okay aber auch hier die platten set finde ich gehen teilweise noch aber naja da muss ich sogar selber mir einen husten verkneifen wie gesagt wir sind durch vielen dank fürs zusehen hoffe das video hat euch gefallen morgen kommen dann die restlichen dk's äh die restlichen dk's die restlichen klassen und dazu heute noch weitere 9.2 videos morgen auch bleibt also gerne dran damit danke fürs zusehen habt noch einen schönen sonntag reingehauen